des 90 Grünes, unsere Kollegin Frau Beate Müller-Gemmeke. Bitte schön, Frau Kollegin Müller-Gemmeke. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin immer wieder verwundert und erstaunt über die Diskussion zum Equal Pay Day hier im Bundestag. Sie, die Regierungsfraktionen, singen in Ihrem Antrag und hier auch in der Debatte ein Loblied auf die vermeintlich gute Familienpolitik der Bundesregierung. Sie führen eine Diskussion über die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt und über Beschäftigungsdiskriminierung. Das Thema ist wichtig. Heute aber geht diese Debatte schlicht am Thema vorbei. Denn heute geht es um Entgeltgleichheit, also um den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Ich frage mich wirklich, ob Sie tatsächlich verstehen, warum all die Frauen und Männer gestern am Brandenburger Tor demonstriert haben. Das Gleiche passierte unlängst ja auch bei der Anhörung. Auch dort haben wir phasenweise zwei Diskussionen parallel geführt. Den Regierungsfraktionen ging es um die Erwerbsbeteiligung von Frauen, um Teilzeitminijobs und ob Frauen einfach zu wenig Lohn fordern und sie nicht durchsetzen können. Das war alles recht amüsant. Das Problem war nur, all diese Diskussion hatte mit dem Gesetzentwurf der SPD und dem Antrag von uns Grünen so gar nichts zu tun. Es wurde auch gerätselt, wie die Frauen dazu bewegt werden könnten, in die MINT-Studiengänge zu gehen. Auch heute haben Sie, Frau Brandt, wieder dieses Thema angesprochen. Natürlich verdienen Physikerinnen mehr als Pflegekräfte. Aber darum geht es ja nicht. Der Skandal ist doch vielmehr, dass die Physikerin weniger verdient als ihr männlicher Kollege und die Pflege schlechter bezahlt wird als andere gleichwertige Tätigkeiten. Genau deswegen wollen wir eine gesetzliche Regelung gegen Entgeltdiskriminierung. Denn es muss endlich Schluss sein, dass es Arbeit von Frauen zum Schnäppchenpreis gibt. Aber ich möchte nicht unfair sein. Bei der Anhörung und auch heute in der Debatte geht es dann doch auch um zwei Aspekte, die sich tatsächlich mit den Anträgen auseinandersetzen. So wird ein Entgeltgleichheitsgesetz immer wieder als Angriff auf die Tarifautonomie bezeichnet. Das hieße ja, dass die Tarifparteien Frauen unbehelligt diskriminieren dürfen, als wären sie nicht an das Grundgesetz gebunden. Ein Gesetz zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit regelt lediglich, dass die Löhne auf Entgeltdiskriminierung überprüft werden müssen. Wie Entgeltgleichheit hergestellt wird, ist natürlich Sache der Tarifpartner. Deshalb sind gesetzliche Regelungen in keiner Weise ein Angriff auf die Tarifautonomie. Dann kommt immer noch das Argument Bürokratie. Frau Schön hat es angesprochen. Das Recht auf Entgeltgleichheit ist im Grundgesetz verankert. Alleine schon das Abwägen zwischen Grundrecht und bürokratischem Aufwand ist für mich nicht akzeptabel. Ein Grundrecht hat für uns selbstverständlich höchste Priorität, und alles andere geht gar nicht. Sehr geehrte Regierungsfraktionen, die schlechte Bezahlung in fraundominierten Berufen und dazu gehören Gesundheitsberufe, ist eine wesentliche Ursache für den bestehenden statistischen Entgeltunterschied. Das sage nicht ich, sondern Ministerin Schröder. Und das steht auch auf der offiziellen Equal-Pay-Day-Seite. Mir scheint, da hat die Ministerin wohl nicht gemerkt, was hier in den Text geschrieben wurde. Denn genau darum geht es, warum wir gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit fordern. Aber die Durchsetzung funktioniert nicht mit Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung. Notwendig sind gesetzliche Regelungen, denn Frauen verdienen mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Gemmecke. Nächste.